Gut, wenn im Notfall sofort Rettung naht. Jetzt kann es losgehen, ihr werdet geholfen. Und in dem Moment nimmt der Notarzt das Handy und fängt an zu telefonieren. Nicht gut, wenn kein Krankenhaus in der Nähe helfen kann. Alle haben abgesagt. Ist Notfallrettung Glückssache? Marktcheck am Dienstag um 20.15 Uhr. Hier im SWR Fernsehen.